Sharon Stone teilt ein süßes ihrer drei Söhne Seltene Einblicke in Sharon Stones, 64, Familienleben Mit ihrem damaligen Gatten Phil Brunstein adoptierte die Schauspielerin im Jahr 2000 ihren ersten Sohn Juan, der damals noch ein Neugeborenes war. Ihre Ehe wurde vier Jahre später zwar geschieden. 2005 und 2006 adoptierte der Hollywoodstar aber zwei weitere Kinder, ihre Söhne Quinn und Lear. Was ihr Privatleben angeht, hält sich die Basic Instinct Darstellerin weitestgehend bedeckt. Doch nun teilte Sharon ein süßes Tobakfoto ihrer Rasselbande. Via Instagram postete die 64-Jährige den Schnappschuss. Darauf sind Juan, Quinn und Lear vor dem Weihnachtsbaum zu sehen. Die drei scheinen gerade erst ihre Geschenke ausgepackt zu haben und freuen sich jeweils über ein Trätmotorrad. Das Foto liegt aber schon ein paar Jährchen zurück. Inzwischen sind Sharons Söhne junge Erwachsene. Auf dem Bick strahlen sie aber noch als Kinder in die Kamera. Wer erinnert sich noch an Hot Wheels Weihnachten? Schrieb der Filmstar zu dem Beitrag. Vor wenigen Tagen machte sogar die Neuigkeit die Runde, dass Sharon noch einen vierten Sohn adoptiert haben soll, Rohans besten Freund. Der Vater des Jungen soll kürzlich verstorben sein und er sei teer vor dem Nichts stehen. Deshalb hat die Golden Globe Gewinnerin ihn angeblich unter ihre Fittiche genommen. Offiziell bestätigt wurde das aber nicht.